Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Infovideo, denn wie ihr schon im Hintergrund seht, Dark Souls ist gestern zu Ende gegangen, das heißt wir wollen am Montag direkt ein neues Spiel voten und hier ist jetzt eure Chance, wenn ihr schon immer wolltet, dass ich Spiel XY spiele, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Es kann alles möglich, auf jeder möglichen Plattform sein, PC, Playstation, Switch, Xbox, keine Ahnung, auf einem fucking Taschenrechner, schreibt es einfach unten in die Kommentare, ihr solltet aber wissen, ich spiele ja selbstverständlich nur Spiele, die ich auch wirklich dann spielen möchte, wenn ihr mir jetzt da irgendwie so einen Scheiß antreht, wie Teletubbies Goes Home, dann spiele ich das nicht, sollte es dieses Spiel geben, dann werde ich es auf jeden Fall nicht spielen. Auf jeden Fall, schreibt mir unten mal eure Spielvorschläge rein und für alle, die noch ein bisschen Inspiration brauchen, in der Beschreibung findet ihr all meine Steam Games und ansonsten, ja, ich freue mich schon auf eure Einsendungen. Wir sehen uns dann am Montag zum Voting, hier nochmal zum Schluss eine kleine Info und zwar morgen Samstag ist ja die EGX, da werde ich da sein, das heißt morgen am Samstag wird bei mir nur Mist laufen, also Mist-Survival, nicht Mist, sondern Mist-Survival, ein Spiel. Bei mir läuft kein Mist. Haut rein, ciao. Ciao. Ciao.